Woche 28 Gnade der Verwirrung Unwissenheit wurde bestraft und ausgenutzt. Deshalb ist man in der materiellen Welt konditioniert, diesen Zustand möglichst schnell zu beenden. In einer solchen Situation greift man verständlicherweise vor schnell zu Scheinerkenntnis. Wir bezeichnen dieses im Kollektiv der Zivilisation dann als Bildung. Viele neigen dazu, einem begrenzten Urteilsvermögen Raum zu geben, bevor man wirklich versteht. Die deutsche Sprache nennt dies Vorurteile. Der Geist gelangt vor schnell zu urteilen und schließt dabei einen Erkenntnisprozess ab, bevor er in wirklichem Verstehen gegründet ist. Die Situation ist nun noch schlimmer, da die vermeintliche Erkenntnis des Vorurteils als Verstehensblockade wirkt. Man muss es aushalten lernen, nicht zu verstehen. Es ist ein Zustand, in dem nichts mehr klar ist und in dem auch keine weltanschaulichen Gebäude einem Halt vermitteln könnten. Man darf der völligen Ungewissheit ausgeliefert sein und darin sogar eine stille Geborgenheit erfahren. Doch oft hält man sich lieber an einem Strohhalmkonzept fest, das einem vermeintlichen Halt schenkt, als sich gänzlich der Ungewissheit auszuliefern. Denn dies ist einem nie gelehrt worden. Genau dies aber fordert der echte Gotteszugang. Krishna hat Verständnis für Verwirrung. Verwirrt zu sein in einem Zustand von Ungewissheit und nicht verstehen wollen, ist aber nur Faulheit. Auf Gnade hoffen darf man erst, nachdem man alle Eigenkapazität und Bemühungen ausgeschöpft hat. Verwirrung, nachdem man verstanden hat, ist eben Ausdruck der Gnade. Es ist das heilige Staunen, das die natürliche Antwort der Seele auf Krishnas unerschöpfliche Unbegrenztheit darstellt. Auf unserer Suche nach Begrenzung, die wir Halt nennen, suchen wir immer wieder nach Orientierungspunkten, nach Bezugsmöglichkeiten, nach Strohhalmen, an denen sich das Ich wieder festhalten kann. Diese Orientierungspunkte, Vorbilder und bereits gedachte Ideen anderer Menschen, in welchen man Identität sucht, sind es, die einen hindern, wahre Identität zu finden. Doch das Schiff darf untergehen. Es scheint für den denkenden Geist nicht verständlich zu sein, was es heißt, jeden Bezugspunkt aufzugeben. Man verliert den Überblick, die Orientierung, die Kontrolle, wohin es gehen soll, und die falsche Orientierung am Gewesenen und am Erhofften. All diese Orientierungspunkte des Ichs schaffen die begrenzte Identität, die eine blinde Übernahme von selbstbegrenzenden Konzepten ist, die wie ein Stempel über einem aufgedrückt wurde. In der Hingabe geht es um einen Bezugspunkt, der kein begrenzter Bezugspunkt mehr ist, wie man ihn kannte. Sie ist das vollkommene Überlassen, sich Sri Krishna überlassen, auch wenn das im ersten Augenblick unmöglich erscheint. Das erste Kapitel der Bhagavad-Gita mit dem Titel Yoga der Verwirrung ist genau die Einladung dazu. Es stellt die Grundlage dar, mit transzendentalem Wissen beschenkt zu werden.